hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten video hier auf dem kanal und ich möchte mit euch über eine essen neuer sprechen die sich einige gewünscht haben in meinem video welche sachen hier von essen als erstes sehen wollt und es geht um ein spiel welches bei einem belgischen verlag erschienen ist zumindest auf englisch weiß gar nicht ob es im dänischen dann anderen gab nämlich dass der das spiel um die dänische folklore scoventeer ich spreche es jetzt einfach mal so aus in der hoffnung dass es so richtig ist ja dänische folklore ist das thema dieses spiels in dem spiel verbirgt sich auch eine kleine geschichte im kern aber ist es natürlich ein kartenspiel und was das für eine art kartenspiel ist das möchte ich euch hier in diesem video zeigen indem ich auf die regeln eingehe das spiel gibt es bisher nur auf englisch wenn ihr euch also auch dafür scheut mensch auf englisch spielmaterial die karten sind sprachneutral das heißt wenn ihr die englischen regeln lesen wollt seht ihr die regeln halt hier durch mich und ich zeige sie euch halt wie gesagt in einem zweiten video werde ich dann auf die stärken schwächen eingehen so wie er das kennt als rezension aber hier gesagt soll es aber ganz nüchtern um das regelwerk gehen im sinn der transparenz das spiel wurde mir von den patients dem belgischen verlag als rezensionsexemplar zur verfügung gestellt ich habe gesagt im gegenzug dazu mache ich zwei videos einmal die regelerklärung und dann ein unabhängiges stärken und schwächen video welches dann zu einem späteren zeitpunkt zu sehen gibt so ich glaube jetzt wurde alles unwichtige wie am anfang gesagt ich wünsche euch viel spaß beim video wenn ihr fragen dazu habt oder damit in die kommentare ich wünsche euch eine schöne zeit und viel spaß beim video ja wir befinden uns hier also in der dänischen mythologie und zwar geht es um den dachs wogter und eric man könnte auch sagen den teufel der halt diesen wogter verfolgt und in dem spiel geht es darum dass wir uns hier in dieser welt befinden in einem wald und wir müssen einfach gesagt erst mal vor wogter fliehen und gleichzeitig seine minions seine helfer besiegen also als erstes legt ihr in einen kreis die sechs bäume ihr könnt theoretisch auch mit mehr bäumen spielen es sind acht mit dabei desto mehr bäume ihr verwendet desto leichter ist das spiel und ich denke das spiel ist aber optimiert und ausbalanciert insgesamt für die fünf bäume dann platziert der wogter dabei seid ihr total frei wir legen ihn einfach mal hin und ihm gegenüber also drei felder entfernt gegenüber in unserer sechs bäume variante aber ansonsten drei felder hinter ihm dort startet der gegner dann legt ihr eine reihe aus mit den minions die haben eine stärke von zwei bis vier die wogter karten legt ihr hier oben offen hin denn wogter das sind die aktionen die wir machen können denn wir spielen zwar ein kartenspiel nutzen aber nur verschiedene aktionen die wir durch voctor nutzen können gucken uns dann noch an dann möchte das deck mit den verbündeten und den gegner karten wenn ihr das spiel das erste mal spielt sind die karten noch getrennt das heißt ihr habt die verbündeten extra und die bösewicht karten dann würde ich es euch empfehlen möchte erst mal nicht denn in dieser phase ist so ihr zieht so lange das ist eine gegner karte bis ihr drei verbündete habt zack zack diese ergeben die sogenannte zukunft der von links nach rechts legen wir mal so hin und dann legen wir gleich hier den stapel hin so aber jetzt auch immer noch nicht ein bisschen denn jeder spieler erhält jetzt zusätzlich noch einen verbündeten wird ich zeige euch das jetzt mal mit zwei spielern genau und jetzt könnt ihr die ganzen negativen karten hier mit einmischen und bildet damit dann die so den sogenannten nachziehstapel ganz wichtiges element so und das sind die karten von unseren beiden spielern die könnt ihr gerne auch offen hinlegen wir merken uns an der stelle schon mal das handkarten limit liegt bei insgesamt fünf karten ich muss euch ehrlich sagen ist mir noch nie vorgekommen dass das passiert ist in unseren rund allerdings zu zweit habe ich auch noch nicht gespielt sondern immer mindestens zu dritt oder zu viert kann sein dass bei zwei personen man öfter doch mehr karten auf der hand hat beziehungsweise sogar muss warum das versteht ihr gleich so und dann geht es auch schon los nämlich wer zuletzt von einem monster im wald verfolgt wurde oder auch allgemein außerhalb des weides da soll man nicht so streng sein der beginnt und wenn ich machte das in einem fernen faustkampf miteinander aus so ihr könnt es jetzt noch schwerer machen wenn ihr wollt indem ihr hier gegebenenfalls die gesunden bäume auf ihre ja wie sagt man verwelkte seite drehen welt aber jetzt im normal spiel würde ich euch empfehlen lasst das erstmal so oder weiteren zufügen dann macht ihr es leichter so allgemein ist es so das muss man ein bisschen verstehen das ist hier kein kreis sondern dieser diese bäume sollen die entfernung darstellen die vokta vorsprung vor eric hat das heißt vokta bewegt sich immer im uhrzeigersinn eric eigentlich auch und das wäre jetzt die konstellation in der vokta am weitesten von eric entfernt ist er könnte ihn jetzt nicht überholen um noch weiter entfernt zu sein weiter als das geht es nicht und gleichzeitig wenn eric sich bewegt würde er sich nicht hierhin bewegen sollte er sich zurück bewegen geht das allerdings in dem moment nicht das ist immer wichtig dass ihr guckt optionen müssen immer umsetzbar sein um eine aktion halt wirklich auch durch führen zu können ja also das erstmal so zum verständnis wie das ganze hier läuft sollte irgendwann eric auf sein feld kommt dann habt ihr das spiel verloren ja der spielablauf der läuft gewissermaßen im uhrzeigersinn ab und wenn man dran ist muss man eine der vier vokta aktionen hier drüben nutzen es gibt noch weitere vokta aktion in den beiden erweiterungsmodulen die zeige ich euch am ende des videos und so jetzt gehen wir die aktionen durch wie vorhin schon gesagt spielen wir mit diesen vier aktions karten hier drüben und wir fangen an mit der ersten nämlich voktors call also voktors ruf dabei ist es so ihr dürft eine der drei karten aus der zukunft nehmen allerdings ist wichtig sollte die karte am weitesten links diese also hier eine gegnerkarte sein dann müsst ihr diese auch nehmen haben wir in unserem fall nicht denn am anfang fangen wir ja mit drei verbündeten in der auslage an und hier ist es so immer wenn ihr eine karte kauft also kauft also nehmt durch voktors call müsst ihr die kosten auf der linken seite sozusagen bezahlen das ist das element so wir haben insgesamt im spiel fünf verbündete arten ja wie zum beispiel huldre trollt dann haben wir noch elle volk dann haben wir noch die forms gifter die sind so ein bisschen joker und noch die misser auf der rückseite der anleitung werden alle diese schön erklärt was auf der linken seite immer diese aktion ist wenn wir ja voktors call machen also eine karte kaufen was wir also da machen müssen und bei elf volk würde stehen nimm ein ally aus der future und pack ihn unter das deck es gibt in gewissermaßen zwei elemente wie ihr karten in diesem spiel loswerden was heißt loswerden also ablegen müsst entweder auf den discard stapel der wird nie zurückgemischt mit ganz wenigen ausnahmen das heißt die karten sind an sich aus dem spiel oder ihr packt sie unter das deck es gibt elemente im spiel da kommen wir gleich noch zu wenn das deck auch gemischt wird wieder aber ja also wenn wir jetzt sagen würden wir würden hier das elf volk nehmen dann würden wir die karte auf die hand nehmen müssten das bezahlen das ist einer der anderen verbünden musste abgelegt werden wenn wir zum beispiel huldre nehmen würden müssten wir einen baum umdrehen dabei ist wichtig kommen auch gleich noch mal zu immer dann wenn bäume umgedreht werden müssen also verwelken dann geht das nur mit bäumen die gerade frei sind frei sind alle bäume auf dem nicht eric liegt auf dem nicht wogter liegt und zu einem späteren zeitpunkt werden wir auch verbündete darauf spielen wo kein verbündeter liegt das heißt hier haben wir auch eine puzzle ideen nämlich die regel ist wie folgt gibt es noch keinen dann nehmen wir einen freien baum und verwelken dies gibt es bereits einen verwelkten baum und wir müssen diese aktionen hier machen dann müssen wir immer den nächsten freien verwelkten baum aus dem spiel entfernen womit natürlich unsere abstände klar werden und auch unsere möglichkeiten die minion zu bekämpfen was ihr gleich sehen werdet das heißt wir werden immer gucken dass wenn wir einen verwelkten baum haben im idealfall zum beispiel ein verbündeter drauf liegt oder halt eric oder wogter denn dann werden wenn so eine karte wieder gespielt wird und diese aktion gemacht werden muss dann werden diese effekte halt hier in dem fall nicht ausgeführt dass die karte entfernt wird sondern wir würden einen anderen baum verwelken also das ist so ein puzzle aspekt dem ihr hier beim spiel habt so jetzt wird es auch auch ganz spannend nämlich was passiert wenn ihr einen effekt der auf der linken seite steht nicht ausführen können zum beispiel wenn ihr alle voll karte zieht aber diese beiden karten hier gegner karten werden die aufgabe ist ja ein aller drunter zu ziehen dann müsst ihr etwas machen was sie eigentlich nie machen wollt nämlich den sogenannten riskanten zug was bedeutet dass ihr zieht die oberste karte vom deck blind ihr wisst nicht was dort ist und dann tief durchatmen machen wir mal ist es ein ally ist alles schick dann packt ihr diesen ally unter das deck und weiter geht's und euer zug war erfolgreich ihr habt immer die wahl wenn ihr das links nicht machen weil könnt ihr immer freiwillig riskanten zug machen aber in der regel wollt ihr das nicht weil das kann der zug ist halt richtig böse denn was passiert legen wir mal oben hin wenn wir eine gegner karte ziehen dann geht eric sofort zwei felder vor und das ist nicht selten der punkt an dem ihr das spiel verliert und ich kann euch sagen von meinen partien ich bisher gespielt habe wir haben noch keine runde gehabt wo wir nicht hätten verlieren können durch diesen durch dieses ziehen an einem spiel hatten wir auf jeden fall zweimal einmal hatten wir einmal einmal aber auch dadurch verloren tatsächlich das ist ein glückselement das muss man mögen man kann es aber durch geschickte spielen theoretisch auch verhindern aber aber ich denke in der regel werdet ihr immer mal diesen moment haben und der ist eigentlich auch ganz cool weil das spannend ist weil alle so wirklich den atmen halten okay welche karte ziehst du denn jetzt hier um das zu finden also wir merken uns wenn wir eine karte spielen eine aktion also hier so eine karte aufkaufen und wir können sie nicht durchführen diese aktion ja dann die linke dann müssen wir immer von oben ziehen riskanter riskanter zug und die gefahr das spiel dadurch zu verlieren ihr könnt das auch immer freiwillig machen wenn ihr die linken kosten nicht bezahlen wollt aber wie gesagt ich in die versuchen kommt man eigentlich nicht gut jetzt wäre es halt so bei voctors call man würde die karte auf die hand nehmen machen wir jetzt einfach mal wir nehmen aber sie warum das erklärt euch gleich und wir sagen dieser spieler ist dran einer muss hier drunter und dann wird nachgezogen und von links nach rechts hier haben wir dem vormsgifter über den habe ich auch schon gesprochen gut das ist an sich voctors call hier ist nur noch wichtig sollte ganz links eine gegner karte ziehen da liegen dann müsst ihr wenn ihr voctors call spielt immer diese karte auch auf die hand nehmen und wenn er diese karte auf die hand bekommt müsst ihr sofort den linken effekt ausführen was bedeutet dass eric einfällt weiter geht und diese karte kommt dann sofort wieder unter den stapel und wird dadurch reguliert okay gut aber haben wir jetzt unserem fall nicht gehabt das heißt eric kann hier auch wieder zurück und die nächste spielerin wäre dran und wir gucken uns einfach mal den nächsten effekt an nämlich voctors gambit dabei ist dieser aspekt mit dem bäumen hier der punkt beschädige einen baum um eine beliebige karte aus der zukunft unter das deck zu packen zum beispiel könnten wir jetzt sagen wir würden gambler eric drunter packen wollen hier also seine gegner karte wir ziehen ja von links nach rechts auf das machen wir immer am ende des tools und dann würden wir halt einen wie gesagt freien baum hier verwelken lassen dann könnten wir diesen effekt nutzen ja also das ist voctors gambit oder manöver würde man das wahrscheinlich übersetzen immer darauf achten es darf weder eine der figuren drauf liegen noch ein ally und wie kommt das jetzt mit den allies da kommen wir jetzt zu nämlich mit voctors command jetzt wäre dieser spieler hier dran und es wäre eine seiner aktionsmöglichkeiten dass er jetzt eine dieser karten in der baumreihe nenne ich es mal oder im baumkreis platzieren wird dabei ist es so liegt noch kein ally auf dem tisch ist es einfach dann muss dieser ally unter voctor platziert werden allgemein gilt die regel auf jedem platz auf jedem baum darf immer nur ein verbündeter liegen und eine der beiden figuren tendenziell ist es nicht so schlimm wenn eric auf die felder kommt solange die karten so aktiv dort liegen ich erkläre ich gleich was passiert wenn sie anders gelegt werden denn so gelten die alliierten als versteckt alles schick so dabei ist wichtig es dürfen gleichzeitig im baumkreis immer nur alliierte verbündete einer art liegen das heißt wenn jetzt wir hier huldere spielen darf dürfen nur andere huldere karten noch gespielt werden oder genau der formskifter nämlich der hat hier auch mit dem ausrufezeichen diesen effekt dass er immer gespielt werden kann als joker für die anderen wichtig aber wenn ihr die erste karte dem formskifter legt dann dürfen auch nur noch formskifter dort legen das heißt erstmal huldere dann dürfte andere huldere und formskifter legen liegt ein elf volk dann dürfen nur noch andere elf volk die control alles selbst erklärt ja so das heißt das hätte sie jetzt gemacht dann gehen wir weiter andere spieler ist dran ihr zieht nichts nach ihr zieht nur dinge nach wenn ihr diese aktion macht wir haben gerade die aktion gemacht wog das command und haben die obere option genommen nämlich einen platzieren wenn jetzt der nächste alliierte reinkommt dann müssen wir ihn benachbart zu einem bereits existierenden alliierten spielen also den ersten unter wog da den zweiten entweder dort oder dort und das legen wir jetzt mal hier hin denn so könnten wir den baum schützen oder für meine taktik die ich jetzt gleich weitermache legen wir diese hier hin gut wir haben auch noch eine andere möglichkeit gehen wir nämlich weiter nämlich wir können auch karten ausspielen das ist sozusagen voctors command aber nicht position sondern mission und da ist es einfach ihr nutzt den rechten effekt der hier unten steht den euch die monster geben also der linke ist hier egal auch beim ausspielen ist der egal der linke ist nur wichtig wenn ihr die karten aus der zukunft kauft so und hier haben wir jetzt die wahl deshalb ist der troll ziemlich mächtig wenn wir diese karte spielen wollen würden dann könnten wir eric bis zu drei felder bewegen drei geht nicht weil hier liegt ja schon unser guter wog da das würde mit unserem distanz konzept nicht funktionieren also das wäre möglich machen wir jetzt aber nicht wäre nämlich eine verschwendung nämlich wir gehen jetzt über in den letzten aktionsmöglichkeiten nämlich wog das bros oder wie man sagen könnte sein zorn bricht jetzt bahn was können wir jetzt machen wir gucken hier drüben denn wir wollen ja die minions besiegen ich habe gesagt wenn wir alle sechs minions besiegt haben dann haben wir das spiel gewonnen und vielleicht habe ich noch nicht gesagt aber dann sage es an der stelle nochmal weiß jetzt gerade gar nicht also die minions hier drüben wollen wir besiegen die haben eine gesundheit und ihr könnt euch schon denken wir müssen eine entsprechende anzahl alliierte hier im bündnis im bündnis im kreis haben um diese besiegen zu können dabei ist es wie folgt ihr entfernt jetzt also ein minion mit der gleichen zahl oder niedriger aktuell könnten wir also nur die zweier besiegen dreht den um oder macht er so dass ihr den toten kopf schön seht und dann können wir uns gleich eine belohnung aussuchen aber erstmal müssen wir jetzt das deck also so werden diese karten die wir unter das deck hier gelegt haben die werden jetzt sozusagen wieder umgeholt und wir haben hier wieder eine neue zufälligkeit drin und die guten karten oder schlechten karten die wir nach unten geschoben haben könnten jetzt auch wieder ganz oben liegen und dann dürfen wir uns eine belohnung aussuchen die erste möglichkeit ist versetzt voctor auf einen anderen verbündeten dabei ist wichtig dieser muss im uhrzeigersinn sein das heißt in unserem fall wäre es ja schlau in ihren zu legen deshalb hatte ich ihnen auch nicht dort auf den verwelkten baum gelegt die zweite möglichkeit ist entferne eine gegner karte aus der zukunft haben wir aktuell nicht gucken wir mal genau hätten wir hier eine dann dürfen wir sie entfernen was ein mächtiges instrument ist das heißt sie kommt nicht wieder unter den stapel sondern sie wird neben den stapel insgesamt gelegt jetzt könnte man sagen ja das ist ja logisch das ist ja das mache ich ja eigentlich dann immer weil das ist ja die einfachste variante weil dann wäre ich ja die kartenlos und kann irgendwann spielen wie ich will ja das könnte man vermuten allerdings müsst ihr berücksichtigen es gibt 13 stück von denen von jedem alliierten gibt es insgesamt fünf das heißt 25 alliierte karten 13 von denen und ja ihr seht es also ihr macht ja maximal fünf mal diese aktion beim sechsten habt ihr ja schon gewonnen und das heißt maximal fünf karten könnt ihr rausnehmen aber desto länger das spiel geht und ihr natürlich die alliierten genutzt habt desto weniger habt ihr von denen auf der hand und desto mehr sind natürlich prozentual von den erik karten drin also das kann man abwählen also eine könntet ihr von hier nicht von hier von der zukunft von den drei karten hier hinlegen wenn er gerade keine in der zukunft habt könnt ihr die aktion nicht machen und dann könntet ihr einen freien baum heilen zack und das ist auch das was ich in dem moment jetzt zum beispiel gerade machen wollen würde aber wie gesagt auch hier gilt ein freier baum wichtig ist in dem moment würden alliierte die drauf liegen nicht zählen egal was sie jetzt gemacht hat also ob ihr nun faktor bewegt habt ob wir eine karte entfernt hat oder ob wir einen baum gehalten hat auf jeden fall werden alle alliierten die ihr habt alle schön verbündeten ihr gespielt habt auf den ablagestabe gelegt und die werdet ihr in dieser partie dann auch nicht mehr zur verfügung haben so und das sind alle aktionen die ihr machen könnt mit diesen vier aktionen müsst ihr im grundspiel zurecht kommen um das spiel am ende dann gewinnen zu können ja wie gesagt ziel ist es alle minions zu besiegen bevor er euch einfängt desto länger das spiel geht desto weniger alliierte liegen hier drinnen desto mehr die genutzt haben ja und desto schwieriger kann es werden so das sind erstmal die grundregeln von scovant jetzt gibt es noch zwei erweiterungen die gleich mitgeliefert werden und die möchte ich euch auch noch kurz erklären die machen nichts verrücktes aber dann haben wir das alles hier in einem video gleich mit drin so als erstes haben wir die keine ahnung wie es ausgesprochen wird ich nenne es mal lückdemont erweiterung der aufbau des spiels ist eigentlich ziemlich gleich ihr müsst am anfang diese karten die haben zwei seiten einmal wo die schrift weiß ist und einmal wo die schrift so rot ist und mit der roten schrift legt ihr diese karten hier oben drauf und ich zeige euch das mal hier seht ihr ist immer eine art von verbündete abgedruckt zum beispiel in dem fall der formskifter ja wir haben ja fünf verbündete und einmal aber das fragezeichen da könnt ihr selber dann wählen welchen ihr nehmt dazu kommt eine neue aktionskarte die könnt ihr hier daneben liegen oder zu euren anderen aktionskarten und dort habt ihr zwei möglichkeiten aktionen zu nutzen die erste möglichkeit ist die sogenannte rally card die könnt ihr aber nur so lange machen wie noch kein minion ohne so eine lückdemont karte ist also wurde eine schon entfernt dann könnt ihr das nicht machen dann wählt ihr einen passenden ally von eurer hand nehmen wir jetzt einfach mal so wir hätten jetzt sehen hätten also hier den troll und würdet diese lückdemont karte umdrehen und hier drüben neben den discard peil insgesamt legen den troll packt ihr dann oder die karte gespielt hat packt ihr unter das deck und diese karte liegt jetzt hier und der minion ist ab jetzt angreifbar das heißt so lange wie diese karten drauf liegen sind sie nicht angriff war was das spiel erstmal schwerer macht allerdings gibt es auch die zweite aktionsmöglichkeit auf dieser karte nämlich commit und dabei entfernt man eine gedrehte das ist die hier karte aus dem spiel dann kannst du drei karten hier ziehen beziehungsweise du ziehst so lange karten bis zu zwei ellis hast und ein feind die beiden ellis packst du in beliebiger form oben auf das deck wir können das jetzt aber machen genau haben wir sogar gezogen das heißt die beiden ellis pack ich in beliebiger form ich will jetzt vier elfenvolk haben weil so kriege ich ja dann auch die ellis voll pack ich drauf und jetzt kommt das schöne der feind den darf ich ablegen wenn ich mehr karten gezogen habe um erst mal drauf zu kommen weil ich zum beispiel mehr erikarten gezogen haben dann kann ich die in beliebiger reihenfolge unter den stapel legen genau und eine regel die sich ändert hier bei vogtas zorn müsst ihr darauf achten dass sie halt keinen minion angreifen können so lange halt diese karte insgesamt drauf liegt für das zweite modul die rettung braucht ihr noch ein paar token ihr könnt das sogar mit der anderen spielen deshalb lassen wir das jetzt einfach mal liegen oder ach nee wir machen es weg das macht es für uns insgesamt übersichtlicher nicht dass es hier zu irritation kommt aber ihr könnt die beiden module miteinander verbinden die karte liegt hier schon weg so setup ist eigentlich auch gleich allerdings müsst ihr beim setup von jeder art von verbündeten müsst ihr eine raussuchen guck mal schnell ein trocken müsste hier drunter sein vom skifter und wo sind sie misser genau hier die garten zwerger sage ich immer liebevoll zu dem so die sucht ihr raus legt er beispielsweise hier oben hin denn von jedem dieser alliierten ist einer zu spielbeginn sieht man noch sieht man noch gefesselt worden also entführt worden so dazu mischt ihr hier diese teils da gibt es ein mit einem zweimal marker was der macht erkläre ich euch gleich die mischt ihr also und legt sie dann offen hier oben drauf heißt beim formskifter haben wir die festung sozusagen zweimal und dann haben wir hier noch diese saat token davon gibt es je zwei von einer art auch die mischt ihr gut durch und dann packt ihr sie offen auf die jeweiligen minions so dass er sie hier so präsent hat so das ist erstmal das was ihr für die spielvorbereitung braucht was bedeutet das jetzt mit diesen geiseln das ziemlich finster nämlich solange ein geiselmarker halt oben drauf liegt könnt ihr diese allies nicht ausspielen dabei werdet ihr jetzt sagen das war auch mein gedanke beim ersten mal okay dann kann ich das spiel gar nicht mehr gewinnen weil ich brauche die allies ich kann sie nicht ausspielen also voctors command funktioniert sie ich kann sie nicht ausspielen auf die bäume zu legen und ich kann nicht ihre rechten effekte nutzen allerdings ich habe eine neue karte nämlich die rescue karte und hier muss ich einen baum verwelken lassen um einen marker zu entfernen bei dem zweier muss ich sogar zwei bäume verwelken lassen genau und dann könnte ich jetzt sozusagen ich habe ja elfenvolk am anfang liegen dass ich vor allem auf elfenvolk gehen will und dann entferne ich den damit das heißt hier macht ihr das spiel auch noch mal ein bisschen schwerer allerdings jetzt lasst ihr die bäume verwelken zusätzlich das macht die ganze tage natürlich ein bisschen härter wozu haben wir jetzt diese samen die haben auch damit zu tun nämlich ihr könnt wenn ihr einen gegner ein minion besiegt habt den umgedreht habt dann schaltet ihr diese frei legt diese in die mitte immer dann wenn zwei gleiche hier in der mitte liegen würden dann könnt ihr einen abgeworfenen baum denn in dieser variante werdet ihr immer auch mal bäume verlieren klar weil ihr müsst ja fleißig umdrehen könnt ihr sie sozusagen wieder zurückholen auf der gesunden seite könnt sie frei platzieren dazwischen wichtig ist aber die distanz also angenommen wir hätten jetzt gerade diese situation dann dürfte ich ihn nicht hier platzieren nämlich die distanz zwischen eric und unserem dachs freund die darf nicht verändert werden das heißt in dem fall könnten wir beispielsweise das machen gut das sind jetzt die verschiedenen module das sind alle regeln die ihr wissen müsst für ich sag's nochmal weil es mir so einen spaß macht und wenn ihr fragen habt schreibt es gerne unten in die kommentare in den nächsten tagen wird auch eine review dazu kommen mit meiner meinung zu dem spielstärken und schwächen aber ich denke den großteil habt ihr hier auch schon gesehen in dem sinne wünsche ich euch eine schöne zeit bleibt gesund und bis zum nächsten mal tschau